Klicker ruhig nochmal. Pause, atmen, sehr gut. Leib ist eine ruhige Übung und deswegen immer warten, bis er aufgegessen hat. Ganz ruhig, super. Wichtig für dich ist, dass er innen läuft, du lobst ihn, wenn er dann theoretisch vorbei möchte. Wenn nicht, machst du ganz normal dein Nein und landest dann hinten an der Stange. Also nicht Nein und zurück? Doch, 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 doch. Gut. 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 Was war das denn für ein Timing? Ich dachte, er geht vorbei. Ja, und wieder zurück. Okay. Stell dich schön in die Mitte, zentral. Super. Okay, atmen, genau. Wenn du den da hast, musst du jetzt zur anderen Seite. So. Leine locker. Super. Loben, 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 loben. Super. Nein. Ganz toll. Sitz. Und was ich von dir jetzt möchte, ist, wenn der da vorbeigeht, möchte ich von dir den Klick hören. Wenn er, okay. Du fütterst ihn dann nicht sofort, Klick, Position und dann schickst du ihn. Aber ich möchte, dass, wenn der vorbeiläuft, wirklich Dopamin ausschüttet. Okay. Also nur einen Klick. Genau. Wenn er das gut macht. Weil deine Emotionen sind nicht so eindeutig, wenn er das richtig macht. Genau. Machst du wieder deine Bleibübung. Die Manu hält ihn wieder. Bleib. 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 Sehr gut. Jetzt hast du die Pause schön eingehalten. Leine locker. Nein. Viel zu spät. Du brauchst ja gar nicht immer hoffen. Ja. Du kannst dir abbrechen. Weißt du, wie ich meine? Stell dir vor, dass es Rattengift wäre schon zweimal tot. Oh. Lass mal Sitz und Klicker und bezahl mal. Sitz. Das war so süß. Sitz. Okay. Jari, es tut mir leid. Es ist das Frauchen jetzt. Pause. Ja. Und auf geht's. Übung macht den Meister. Perfekt. Hast du den Klicker bereit? Ja. Klickern. Jawoll. Siehste? Ganz toll. Dann freut er sich wenigstens, wenn du klickerst. Hinsetzen. Bezahl ihn mal kurz. Und Freigabe zum Jackpot. Und los. Jawoll. Sehr gut. Jetzt hat er auf deinen Klick direkt Emotionen gezeigt. Das möchte ich haben. Jetzt machen wir das von der anderen Seite. Manu, bist du so lieb? Gehst du mal hier rüber? Komm her. Super, Gari. Ja. Gari. Sitz. Sehr gut. Bleib Übung. Bleib. Wenn er dich anguckt. Genau. Positives Verhalten verstärken. Genau. Du bist entspannt. Abbruch. Nein. Super. Lob ihn, weil er das gemacht hat. Fein. Nur verbal loben. Genau. Super. Schön. Und nochmal. Und ab geht's zum Jackpot. Ja. Ja. Fein. Und streichel den mal. Ja. Super. See. So geral. Untertitelung des ZDF, 2020